Es gibt viele schöne Dinge, die man tun kann zu zweit. Vieles gibt's, das man gesehen haben muss. Doch die Liste unserer Wünsche ist vielleicht etwas lang. Besser wär's, wir kämen langsam zum Schluss. Vielleicht wird es ja besser. Irgendwann ein heller Morgen folgt auf dunkler Nacht. Dürfte ich mich jetzt entscheiden, willst die Flussfahrt du vermeiden? Weil zu viel Abenteuer keinen Spaß macht.